So, genau, wie gesagt, die vierte Episode, die kam mir erst später mit hinzu. Es gab zuerst Episode 1 als Shareware-Version, dann kaufbar als Shareware-Version, äh, als V-Version mit 1, 2 und 3, also Episode 1, 2 und 3. Und dann erst ein bisschen später, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das kostenlos als Download gab oder ob es als zusätzliche Diskette gab, als zusätzliche Diskette gab. Ähm, auf jeden Fall gab es halt noch auch dieses Ultimate Doom als Erweiterung für Doom 1, oder, damals wurde es ja nur Doom genannt. Äh, von daher ist es halt schon logisch, da hat es jetzt wirklich also nochmal ein bisschen Zeit, sich ein paar Levels auszudenken und die haben sie natürlich schön schwer gemacht. Vor allem, er hat noch dazu bedacht, dass ich hier, wie gesagt, mit, äh, mit Project Protality spiele und das sowieso nochmal ein bisschen schwerer ist. Und das Level hier, das ist nämlich auch richtig abgefucktes Level, das ist eines der Levels, die ich am wenigsten hasse, auch bei Vanilla Doom. Das heißt also, dieses Level wird jetzt richtig schön schwer. Vor allem verwirrend. Hier ist nämlich so ein Labyrinth-Teil da mit bei, also jetzt nicht der, sondern, ähm, ein Portal-Labyrinth. Und ja, das beginnt vielleicht richtig schön. Dann muss man dann gucken, welches Portal wohin geht und das habe ich bis heute nicht wirklich kapiert. Boah, Alter, wenn der mich getroffen hätte, ach so, war ja bloß einer. War ja bloß einer mit einer, mit einer Auto-Chut dann. Hatte schon der Zweite, der uns da überrascht hat, hat er auch, äh, hat er auch, äh, Raketenwerfer. Warum guckt er nicht hoch? Sag mal. Äh. Ich dachte, durch, durch diese Dinger kann man nicht durchschießen. Verarschlich, Alter. Die werde ich auch nicht einig. Ja, wahrscheinlich können wir, können, kann ja, also, als ich, als Spieler nicht durchschießen. Gibt es etwas Spannendes? Scheint nicht so, die war denn noch irgendwo schon ein Secret. Ach so. Jetzt verstehe ich das auch. Ah. Ach so, waren wir schon. Na gut. Ah, die können wir durchaus gebrauchen. Woher gesagt, dieses Level ist abschweig. Komm mal her, ey, 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 ey. Alter. Ja. Was gut wahrscheinlich ist, Steuerzell dann. Geht doch. Aha. Durch diese Schatt, diese Dinger herzlichen, kann man überhaupt nicht zielen. Letztendlich, wenn man einen Meter davor steht, tritt man Otto, hatte ich daneben. Ist ja schon ein bisschen deprimierend. So, gucken wir hier nochmal ein bisschen nach Emyo Nation. Ach so. Wollen wir das allerdings her? Aber das habe ich doch gar nicht aufgenommen. Ich habe es doch gar nicht gebraucht. Das war doch voll. Ah. Habe ich wahrscheinlich doch aufgenommen. Sehr schön, das Ganze. So, hier müssen wir jetzt runter. Bis ich das das erste Mal kläppiert hatte, war schon Jahre vergangen. Und Achtung, hier kann man rein. Wenn man hier rein geht, hat man aber das Level kaputt. Und man kommt gleich noch weiter. Muss ich leider schmerzlich bemerken. Wow. Da leuchtet es doch. Wow. Okay. warum können wir nicht sofort angreifen da war der nutzten geringer als die kosten pack da wo bist du jetzt hier Rückgang Leute warum fällt das denn jetzt nicht mehr? Krass, kann ich nicht überstehen? So, Feuern Jetzt weiß er was Ich kann mich wieder oben von uns holen Was machen die denn da? So, okay Jetzt erstmal diese komischen Bier hier Alter Wieso sag ich wirklich für ein Secret? Man sieht das doch voll locker Die Frage ist, muss ich überhaupt Platz machen hier? Eklass die erstmal So, zu allererst kommen wir jetzt hier rum Da, der Teleporter den man da sieht Den kann man praktisch halt von vier Seiten aus besteigen Äh Und ich hab die Gabe immer die Falsche zu wählen Vor allem hat man nicht beliebig Versuche Weil man läuft hier durch Lava Oh, schon aufgrund der ist noch ein bisschen tückig So, haben wir mal überlegen Wie komme ich hier weiter Oh, Alter Wo kommen die alle her? Oh, dann da unten Habe ich auch gerade geguckt Oh, Alter Oh, Alter Ja Na, komm Och, Mann Ich versuche immer zu zielen Aber Vielleicht zu besser kein Zielen Kommt der jetzt nochmal, oder was? Da, Alter Geht doch So Wööö Ema Ja, komm Komm zu mir Keine Chance Fick ich nicht Ja Na gut Oh, Alter Jetzt kommen wir ja Gut, hier muss ich mich hin Da muss ich hin Oh, Alter Ja Ja, mh Hä Hinten So viel zu dem Thema Willkommen Achso, hier habe ich Gut Ich habe also Medicare Gar nichts geschafft Nein Einmal zurück bitte Einmal zurück laufen Hm? Ha! Gut, der wird dem komischen Schild schon mal weg. Das passt mir gerade relativ gut. Da gibt es auch noch die komische roten Riesen. So, dann hoffe ich mal, dass sich das klicken lässt. Ah, da kommt er mal direkt zu mir. Oh! Warte, geil, das ist jetzt gar nicht, dass er hier reinpasst. Hat wieder ein bisschen größere Anänderung. Aber meine ist halt der größte. Mhm. Ich dachte, umkeh, da ist auch ein Lückhorn. Alter! Ja. Ja. Jetzt mal hier wieder dieses mit diesem Hammer-Code und dann springt man nach vorne. Das ist natürlich tödlich bei sowas hier. Ah, wenn man die hat, stirbt man, wenn man die nicht hat, kommen wir nicht. Äh, was? Ja. 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 Das ist das. Ja. 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 Gut, dann suchen wir jetzt das nächste, das wir lassen hier. Geht weg, blöde Flammen hier an, alle aus, alle weg, dass wir hier noch kein Feuerlöch erfunden haben. Meine Fresse, das war ja schon so hart peinlich. Haben die Auto-Aim oder was? Die können ja direkt losfeuern. Na ja, komm, das gibst du gleich. Oh, Alter, wieder kommt er auch rein. Oh, Alter. Oh, Alter. So, ich find's etwas fairer, wenn wir die Gegner auch immer jetzt mal anwenden müssten. Aber nein, können wir jetzt sofort schießen. So, zuerst mache ich diesen Scheiß im Weg. Ach, Mann, dachte. Oh. Vielleicht hätte ich einen schwarzen Buch mit erwischt. Hä? Wieso stündchen Imp? Ähm, ein, ein, ein. Na ja, diese roten Fischer halt. Oh, da kommt der etwas viel nach mal. Oh, war gut. War nicht so schlimm, würde zwar nicht, aber gut. Wetter. Hat mir was ja auch nicht. Du weißt, dass ich ihm auch nicht weit hatte. Das geht doch. So eine Halt, soll ich es ablaufen. Achtet, es sind drei! Dankeschön! Hä? Oh wow, das war vollkommen sonst. Ich brauch erstmal den roten Skull. Und jetzt bin ich hier. Wo denn? Habe ich hier so einen Anschluss? Ne, ne? Ist doch Bullshit! Ich will da nicht rüber springen. Das gibt's doch gar nicht. Ernsthaft jetzt? Och man, das gibt's doch gar nicht. Oh! Ja wo denn? Wo sind die denn? Was soll denn jetzt hier auf der Seite? Oh! Oh! Ich seh gar nicht! Es wird mir Ruhe! Kommt doch! Danke! Ich wollte schon immer mal sterben. Ah, gut. Also da kann man schon mal nicht hin. Da braucht man erst wieder irgendwas rotes. Wurde doch mal, dass das nochmal war. So, hier kommen wir auch umso weiter. Ich hab grad absolut keinen Plan, wo ich hin muss. Ich bin hier trainiert. Ich bin hier auf der Seite. Ich bin hier einfach mal los. Oh! da kommen ich will wieder nach hause und abgelaufen jetzt irgendwo runter also ich habe mal hier das muss ich wieder runter ich glaube da wird nichts gutes ach man da komme ich auch nicht hin also jetzt habe ich hier auch keinen Anzug mehr das drückt alles so wohl verlegen ja wo ist denn die alle wie viele sind denn hier ich weiß nicht mehr was ich machen soll also das geht auch nicht hier sind wir wieder hier das bringt auch nichts ich weiß nicht mehr Ah genau, jeden so was, komm ja hin. Ja, ich verstanden. Ach, komm wieder. Dage, ich hab noch keine Lust mehr. Komm. Okay. Ja, ich hab noch keine Lust mehr. Ich hab noch keine Lust mehr. So, der da hinten weg. Hab ich ihn? Ich hoffe mal. Okay, ich hab noch keine Lust mehr. Wow. Okay, danke schön. Wow. Ach, die brauchen wir auch Skulper. Alter, ich hab doch gar keine. Ich bin also auch wieder falsch. Ach, Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Wo gibt's denn hier eine scheiß Skulper? Ich hab jetzt einen blauen. Die hab ich auch nicht. Boah, Alter. Kommen wir da alle her? Ist das hier irgendwo eine Geburtsstadt oder was? Ah, Secret. Das kenne ich sogar, glaube ich. Ach ja. Die, du siehst deine Waffe da. Ich muss unbedingt dafür sorgen, dass ich das nicht vergesse. Weil ich glaube, die Waffe wird mir hier noch mächtig nützlich sein. Weil da hinten, da die Tür, die ihr da seht, da kommt ein ganz böser Gegner. Und der schießt sich quer durchs gesamte Areal, während ich rumrennen darf. Oder während ich da hinten rumrenne. Weil das ist Bullshit. Aber die Waffe kann mir da schon gut nützlich sein. Dann muss ich erst mal hier aufrollen. Tja. Oh. Was machst du dich doch auch aufmerksam? So. Problem ist, wir kommen hier erstmal nicht weiter. Ich muss also woanders lang. Äh. Äh. Ne. Das war da. Das war links. Das war das, wo wir gerade waren. Heißt also, ich muss jetzt als nächstes von rechts kommen? Oh. Ah. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Aber wie lange habe ich die Blumenkarte? Oh, Alter. Er schreckt noch nicht mehr recht. Ah. Ja, klar. Beim letzten Punkt trifft er mich noch richtig. Alter, fuck you. Wo wurde der jetzt da? Oh. Och, nö. Äh. Ach, guck mal. Das ist ein Arschbittchen. Äh. Vorher jetzt? Das war von oben. Oh, Alter. Bleib doch mal still. Geht doch. So, da muss ich aufpassen. Soll ich da nicht hin? Oh. Boah, Alter. Ach, Mann. Ich habe doch noch 80% Lehm. Hab ich jetzt den blauen Schlüssel? Ne, habe ich nicht. Ich. Ach, ich sage gar nicht. Guck mal, ich habe jetzt den blauen Schlüssel. Na, boah, garantiert nicht. Wow. Äh. Wow. Das ist wow. Das ist wow. Ne, wow. Ernsthaft jetzt? Wow. Ich. Woher? Wo wurde denn? Ach, da hinten. So, dann muss ich jetzt glaube ich von unten kommen. Ich habe keine Ahnung. Nein, das war falsch. Hä? Ja, komm, wo denn? Das bringt uns hier auch nichts. Ach. Das wird's. Ah, jetzt bin ich wieder von rechts. Jetzt bringt das doch nichts. Ich muss auf die andere Seite raus. Ach, Mann. Ach, komm. Deck mich. Ach, da. Aber hier war ich doch bereit. Ach, da war das die eine Wand, wo wir gestorben sind. Äh, hässlich. So, jetzt muss ich wieder nach da hinten. Ja, ich weiß, ich bringe jetzt hier gerade nur noch rum. Aber wo muss ich auch hier vorankommen? Weil normalerweise müsste ich hier jedes Mal durch den Schlamm. Äh, so wie jetzt zum Beispiel. Wow. Werden begeistert, brauchen Arzt. Das war nicht so gut. Dankeschön. So, jetzt kann ich das Ding da öffnen. Und mit dem öffne ich dann das Ding da. Dann kriege ich den gelben und kann mit dem gelben jetzt was? Achso. Das da hinten öffnen. Der hat sich so ein Level ausgedacht, ganz ehrlich. Oder auch nicht. Hä? Wo fang ich jetzt hier hin? Achso. Na, super. Hätte ich aber doch... Oh, schon gerne. Na, super. Wie wär's hiermit? Wusstest du? Gibt's irgendwas nicht, oder? Äh, was denn? Wo kommt denn der... Du kleine Marvianer. Ich krieg gleich ein Kind. Am Viervierteltag. Ich krieg gleich ein Kind. Und ich kriege mich nicht. Ich kriege die Einwanderung. Oh. Oh, hier sollten wir noch gar nicht sein, denke ich mal. Also ich stehe wieder zurück. Jetzt habe ich euch mal den ganzen Gegner umgelegt. Ich weiß aber immer noch nicht, wo wir hin müssen. Gut, erstmal gehen wir mal hier rein. Achso, jetzt war er das. Ach, leck mich. Wir müssen... Wir brauchen erstmal viel Rüstung. So, jetzt sind wir bei dem rechten. Mit dem kommen wir wieder hier hin. Okay, jetzt müssen wir schon mal, wo wir hin müssen. So, hole ich mir jetzt... nein. Das da. Ich gehe jetzt nach da. So, deswegen brauchen wir mich jetzt hier nicht draußen. Da ist auch noch eins drin, denke ich. Damit ist der da jetzt frei. Voila. Aha, jetzt kommen wir nach hier. Oh, da wurde schon wieder was freigelassen. Etwas was. Oh, der ist auch schon draußen. Ja, ich präsentiere meinen Untergang. Na komm, verschwinde. Böse Rauch. Geh weg. Böse Rauch. Böse Rauch. Böse Rauch. Na schön. So, jetzt wieder hin zurück. Jetzt aber hier lang. Und hier kann ich nämlich jetzt das hier einholen. Oh. Oh, der? Kommt böse, böse Waffe. Hä? Ich werde auch geschadet? Warum kriege ich denn hier? Okay, das geht so also nicht. Nein. Ich glaube, ich brauche immer acht zu erreichen schon. So. Willst du da rangehen? Sonst wählst du Apfelmus Salat. Kompott. Kompott wird. So, und hier können wir jetzt verschwinden. Das will ich aber noch nicht. Ich möchte lieber erstmal, solange ich meine Rüstung habe. Komm. Ja, das war das Richtige. Ja. Ach, scheiße. Hä? Ach, scheiße. Mist. Ich dachte, ich habe eine Rüstung. Ja, das ist ja gar nicht gelohnt. Egal. Komm. Komm. Ah ja. Leck mich. Ach. Ja. Jedes Level werde ich immer und ewig hassen. Wie die Pest. Ganz ehrlich. Ja. Das ist wirklich nur was für Leute, die echt zu viel Langeweile haben. Von daher, schauen wir mit vor allem. Ja.